Oh nein, Whoopi ist krank. Der Stethoskop übersetzt, was sie sagt. Ich fühle mich nicht gut. Oh, sie spricht. Hast du Fieber? Mein Bein tut weh. Wir brauchen einen Verband und eine Spritze. Und mit der Halskrause ist dann alles wieder gut. Ich hab dich lieb. Whoopi, die tapfere Hundepatientin von VTEC. Smith, täuscht du bist aus, wenn ich ein Spielzeug wär.